Herzlich Willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast ist Götz Wiedneben. Götz hat Theologie studiert, er ist freier Autor, Moderator bei Neue Horizonte TV, war lange Zeit Lebens- und Berufsberater und beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit den Fragen des menschlichen Bewusstseins. Lieber Götz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ganz selten in der Schweiz, aber ja. Schön. Götz, du beschäftigst dich mit dem Thema menschliches Bewusstsein. Wie lange machst du das schon und wie kam es dazu, dass du dich dafür interessiert hast? Okay, die Herkunft prägt einen schon sehr. Mein Vater war Landarzt und hat psychosomatisch behandelt oder hat versucht psychosomatisch zu behandeln. Hat mir sozusagen von der Wiege auf angesagt, dass die meisten Krankheiten psychisch bedingt sind. Also wobei psychisch, auch seelisch bedingt sind. Und das hat mich halt immer fasziniert, ja, diesen Zusammenhang zum Körper, Geist und Seele. Und wollte selber Medizin studieren in Richtung Psychosomatik, aber der Numerusklausus hat mich gehindert. Gott sei Dank. Und dann habe ich mich für einen Schritt weiter entschieden, nämlich Theologie zu studieren und zu sagen, ich kann ja auf die Menschen zugehen, bevor sie krank sind. Also, dass sie gar nicht den Umweg über die Krankheit brauchen, um dann aber zu merken, die Kirche ist mir zu eng. Ja, also all das, was da an Dogmen herrscht, da stehe ich nicht hinter. Dem Jesus fühle ich mich sehr verbunden, aber nicht den Dogmen und nicht der Machtpolitik, die da 2000 Jahre schon dahinter steht. Ja, das ist seitdem, eigentlich seit meiner Kindheit, Jugend, habe ich immer versucht zu verstehen, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und im Studium bin ich dann dem Sheldrick begegnet, in der Literatur, 86 Stunden, und das war für mich wie eine Erleuchtung, dass unser Bewusstsein mehr ist, als was man uns in der Schule beigebracht hat, dass das in unserem Gehirn stattfindet, sondern dass wir verbunden sind mit allen und dass Entscheidungen, die wir treffen, von Herzen, tatsächlich Einwirkung auf dieses gemeinsame morphische Feld, was uns verbindet, oder psychoenergetisches Feld, wie man das nennen will, hat und gleichzeitig ich auch aus diesem Feld Ermutigung bekomme, ohne dass ich die Menschen sehen muss. Und diesen Fragen bin ich halt immer weiter nachgegangen. Du warst ja auch Wegbegleiter, gell, das ist Rupert Sheldrake. Naja, also insofern, als dass ich 1998 habe ich angefangen, Seminare zu seinem Thema zu machen, habe mit dem Kontakt aufgenommen, habe ihn dann 1999 für die Hannover-Schweiler-Gemeinde interviewt, habe einen großen Artikel darüber gemacht und habe ihn dann übersetzt beim Vortrag, habe ihn publizistisch begleitet und dann auch mit Seminaren oder Experimente für ihn gemacht, gemacht, mit Schulklassen, mit Seminarteilnehmern und, und, und. Und halt, wie gesagt, ein bisschen publizistisch begleitet, also Rezensungen geschrieben und man hat das Fernsehen geholt, als er da war und hat einen schönen Austausch. Was hast du da für Experimente mit den Klassen gemacht? Naja, also das Spannende ist ja bei Rupert Sheldrake gewesen, dass er mit seinem Erstlingsbuch, Der Schöpferische Universum, auf die Titelseite von Nature gekommen ist. Aber A Book for Burning, das heißt ein Buch zur Verbrennung. Und das heißt, er war bis dahin Fellow of the Royal Society, das heißt, er hatte richtig gut satt zu studieren, beziehungsweise zu forschen und von dem Moment an hat er kein Geld mehr bekommen. Und da musste er sich genial einfache Experimente ausdenken, die auch von Laien durchzuführen sind, die aber in ihren Konsequenzen sehr weitreichend sind, nämlich ganz einfach dieses Gefühl, von hinten angestarrt zu werden, das so viele Menschen kennen. Dass sie sich, da ist so, drehen sich um und dann sehen sie, wie jemand schnell so macht, oder auch den Blick aushält, wie auch immer. Also da ist ein Spüren. Dann kann Bewusstsein gar nicht auf unsere Schädelplatte begrenzt sein. Und solche Experimente haben wir also zuhauf gemacht, ein bisschen auch mit Fotos oder Telefon-Telepathie. Dass ich Freunde von einer Person, und ich habe gewürfelt und gesagt, so, du rufst an und er muss sich melden, hallo Brigitte. Und dann haben wir das protokolliert, weil damals gab es, das sind Anfang 2000, in der Regel mit Handy war da noch nicht. Echt so, ja. Aber, ja, also solche Experimente, aber vor allen Dingen, die meisten waren zu diesem Gefühl, von hinten angestarrt zu werden, das haben wir mit Schulklassen gemacht oder Seminarteilnehmern. Und sehr, sehr spannend. Ja, das ist spannend. Ja, weil, wie gesagt, kosten praktisch nichts, kosten praktisch nichts, haben aber weitreichende Konsequenzen. Ja. Das ist so childlike. Und wir telefonieren ab und zu. Ach, ihr habt noch Kontakt. Ja, das ist schön. Ja, haben wir. Du hast ja in deiner Tätigkeit damals als Lebens- und Berufsberater dich mit dem Zustand auseinandergesetzt, dass sehr viel Potenzial in unserer Gesellschaft eigentlich brachliegt. Aber hallo. Und du hast dich ja dann, du hast ja über 4000 intensive Einzelgespräche geführt und bist ja zum Schluss gekommen, dass der Grund dafür ist, dass wir sogenannte Trennungstraumata in unserer Kindheit erleben. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Was ist denn ein Trennungstraumata? Also ein Trennungstrauma ist im Prinzip jedes Erleben, dass ein Kind sich getrennt fühlt. Und tatsächlich auch getrennt ist, beispielsweise durch Kuraufenthalt, Krankenhausaufenthalt, Verwandtenbesuche. Ja, also es war zum Beispiel, zu meiner Zeit, als ich geboren wurde, üblich, die Geschwisterkinder zu Verwandten zu geben. Manchmal, mein Bruder zwei Monate zur Großmutter, das ist für einen Dreijährigen eine halbe Ewigkeit. Ich habe mir keine Vorstellung von Zeit. Man ist also getrennt. Und dieses Getrenntsein erleben die Kinder, je kleiner sie sind, als unbewusst irgendwie, ich bin nichts wert. Ja, also wenn jemand im Krankenhaus liegt und ist auf Isolierstation und die Eltern kommen nicht ins Zimmer, dann sagen wir, ich habe etwas Böses getan, es ist meine Schuld und so. Also Wertlosigkeit. Die Vorstellung von Wertlosigkeit, im Osten Deutschlands wurden die Menschen sehr früh in die Krippe gegeben. Damals zum Teil mit acht, neun Wochen. Da muss ich halt kein Kind schützen. Das ist, wenn du von der Familie getrennt oder von der Mutter getrennt bist, die vorher neun Monate, die komplette Realität war, die komplette Realität und auf einmal wirst du von dieser Geborgenheit oder überhaupt aus dieser Realität gerissen, dann musst du dich schützen, um zu überleben. Ja, aber, und das habe ich halt dann im Laufe der Jahre herausgefunden, das sind Schutzprogramme, mit denen wir, ja, diese Trennung überleben, weil vor 20.000 Jahren, getrennt von der Familie, bist du tot. Das ist Todesangst. Ja, und bevor ich diese 4.000 intensiven Gespräche geführt habe, habe ich ja zwölf Jahre mit jugendlichen Arbeitslosen gearbeitet und einfach gesehen, dass die Schulabschlüsse überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was ich wahrgenommen habe, an Intelligenz und an Potenzialen und habe da diese Mindmap entwickelt. Ja, genau. Diese Mindmap, die im Prinzip den Bewusstseinszustand eines Menschen im Jetzt abbildet. Und dadurch, dass sie mit der Hand gemacht wird, viel Unbewusstes halt nach oben kommt. Das ist spannend. Also in deinem Buch, du hast ja ein Buch dazu geschrieben, Wenn wir wüssten, Einladung zum liebevollen Umgang mit sich selbst, da hast du ja dieses Thema auch beschrieben, diese Trennungsdramat der Zustände. Und da war ja ein Grundthema eben diese Trennung und das andere war Schuld. Ja. Inwiefern kommst du zu dieser Schlussfolgerung? Was hat Schuld da? Was spielt Schuld für eine Rolle in diesem ganzen Thema? Es ist das zentrale Thema. Es ist das zentrale Thema, denn wer sich schuldig fühlt, der ist nichts wert. Weil dann hast du nichts zu melden. Du hast eigentlich nur Strafe zu erwarten. Und geholfen, habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, geholfen hat mir zu dieser Erkenntnis der Filmkönig der Löwen. Und ja, dass also der kleine Simba auf einmal neben dem toten Vater ist und dann der Onkel Ska, Simba, was hast du getan? Ich wollte das nicht. Niemand will, dass das passiert. Aber wenn du nicht gewesen wärst, wäre der König noch am Leben. Und da war mir auf einmal klar, der Ska ist einfach nur die nach außen gewendete oder projizierte Stimme, innere Stimme, ich bin schuld am Tod meines Vaters. Und das habe ich in meinen Gesprächen überall immer wieder erlebt. Das Kind interpretiert es durch Schuld und Missbrauchkinder haben alle durch die Bank, das ist schon sehr lange bekannt, die Schuld auf sich genommen. Und kurioserweise ist es Schutz. Wenn ich schuldig bin, dann habe ich ja auch nichts anderes zu erwarten. Dann kann ich in diesem Bewusstsein das, was ich jetzt noch weiter erlebe, an Demütigung, an Schlägen vielleicht oder sowas, kann ich überleben. Nur der Mist ist, wir nehmen diese unbewussten Programme mit in unser Erwachsenenalter. Und wissen, der kleine Götz wusste lange Zeit, die Zeit ist vorbei, der wusste es nicht. Du musst es ihm sagen. Deswegen habe ich auch im Titelbild diesen kleinen Buddha, der da in der Luft fliegt und der Große. Also diese Verbindung wieder herzustellen. Also einerseits die Trennung, die räumliche Trennung, die örtliche Trennung, dann das Schulthema und dann sprichst du eben von diesen Schutzprogrammen und von den Starterprogrammen. Was ist denn jetzt das Starterprogramm und was ist das Schutzprogramm? Okay, das Starterprogramm, ich habe es einfach so genannt, weil ich die Vorstellung habe, dass wir primär Geistwesen sind und diesen Körper sozusagen uns bauen, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und das Starterprogramm habe ich es einfach so genannt, okay, ich will mir eine Familie, wo ich bestimmte Konstellationen habe, die mir zu Erfahrung, bestimmte Erlebnisse, ja, zu Erfahrung werden lassen, die mir dann sozusagen einen Prozess vorgeben des Erkennens, des immer mehr Erkennens, was hier eigentlich Sache ist, was ich erkennen will, wie auch immer. Also das Starterprogramm eben zum Beispiel bei mir in eine Familie reingeboren zu werden, wo der Tod dauernd an die Tür klopft, ja, von Anfang an. Dass ich mich mit den Fragen von Leben und Tod und woher kommen wir, wohin gehen wir schon spätestens als Zehnjähriger beschäftigen musste, durfte, wie auch immer. Das ist das Starterprogramm. Also das, wohin wir drängen, die Rahmenbedingungen für diese Erfahrung. Also zum Beispiel das Milieu, die Familie oder der Kulturkreis oder so. Das ist das Starterprogramm. Das Schutzprogramm ist dann die Überzeugung, dass ich nichts wert bin oder dass ich schuld bin. Und beim Simba ist ja das Spannende, dass dieser kleine Königssohn erzogen wird. Du wirst der kommende König. Und er durch die Überzeugung von Schuld sein Wesen nicht lebt. Er wird ja da gefunden von dem Pumba und Timon, also dem Warzenschwein und dem Erdmännchen. Und die ernähren sich von Maden und Insekten. Und das erste Mal, wenn der das... Ja, ein Löw ist der Inbegriff des fleischfressenden Tieres. Und er ernährt sich von Maden und Insekten. Das heißt, solange ein Mensch der Überzeugung ist, dass er schuldig ist, wird er niemals in seine Kraft kommen. Ja, immer wieder. Ich doch nicht. Das heißt, das Schutzprogramm ist eigentlich jetzt in dem Fall das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder nicht wert oder was auch immer. Nicht gut genug, das Leben ist hart und schenkt mir nichts oder sowas. Aber vor allen Dingen, also im Prinzip Schuld und Wertlosigkeit. Ich bin dessen, was ich eigentlich in mir spüre, nicht wert, dass ich es lebe. Und das war die Hauptfrage nach diesen vielen Mindmaps gesagt, warum leben die denn das nicht? Und bin dann halt auf Glaubenssätze gestoßen. Und, 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 die ich dann auch als Schutzprogramme so bezeichnet habe. Und ich war zwischendurch halt zwei Jahre in Costa Rica. Da ist mir aufgefallen, dass im Spanischen das Wort CREAR heißt Glauben. Und das Wort CREAR heißt Erschaffen. Kreativität kennen wir. Credo kennen wir auch. Ich glaube, das ist Glaubensbekenntnis. So, und im, also die gleiche Wurzel ist da. Ja, und in der ersten Person Singular Präsenz, CREO, kommen sie zusammen. Das heißt, ich glaube und ich erschaffe ist ein und dieselbe Form. Spannend. Spannend. Da ist ganz viel Wissen drin. Ja, ja. Ja, also wir erschaffen das, woran wir glauben. Und deswegen habe ich halt in meiner Arbeit mich immer mehr darauf konzentriert, was, woran glauben die Menschen? Was haben sie eine Vorstellung von sich selbst? Ja, wie sehen sie sich? Mit welchem Blick sehen sie sich an? Genau, das ist ja diese Glaubenssatzgeschichte. Wie kann man dann aber, oder wie hast du das dann gemacht im Gespräch mit den Menschen, dass sie diese tiefliegen, die sind ja meistens sehr transparent, nicht ganz offensichtlichen, sage ich mal, hinderlichen Glaubenssätze dann bewusst zu machen? Gibt es da Möglichkeiten? Na, ich habe einfach damals erstmal gesammelt, was ich gehört habe an Formulierungen, weil die ähnelten sich komischerweise. Also zum Beispiel, das Leben ist hart und schenkt mir nichts. Wenn jemand so etwas vor Augen hat oder drinnen hat, dann wird er die Geschenke des Lebens nicht erkennen, beziehungsweise sagen, nee, das ist eine falsche Adresse, das muss für einen Nachbarn sein. Ja, da haben sie sich in der Zustellung geirrt. Oder ich bin nicht gut genug. Oder Liebe für Leistung, nur für Leistung. Das sind die Lieblinge der Wirtschaft. Ja, drunter ist genau dieses Gefühl von ich bin nichts wert. Also kompensieren sie es mit, äh, mit Leistung. Während das andere Extrem ist, ich kann eh nichts machen. Ich bin Opfer. Ähm, und ihnen einfach, ich habe dann so eine Übersicht gemacht, habe die in mein Büro geschickt von der Agentur für Arbeit und habe, wenn ich dann so raus hörte, mhm, da kommt, natürlich habe ich wieder kein Geld bekommen. Also natürlich, da hast du, das sind wie Naturgesetze. Und dann habe ich diese Übersicht mal angeklickt, ich habe gesagt, kennen Sie da einen von? Ja, und ich gucke mir, ach, fragen Sie mich doch mal andersrum, wie viel ich nicht kenne. Dann sind wir schneller, fertig. Ja, und auch ich hatte diese Glaubenssätze. Nicht gut genug, ja, Liebe für Leistung, also genau die gleichen. Erstmal geht es über das Bewusstmachen. Mhm. Dann geht es um die Selbstermächtigung. Dass wir es waren, als Kinder, die uns diesen Schutz sozusagen herangeholt haben. Zugelegt haben. Zugelegt haben. Und dann natürlich, klar, nach den Spiegelgesetzen hat uns unsere Umwelt, ja, das immer wieder gespiegelt und bestätigt. Ja, also ich sagte, also ich zu einem Klienten, ich habe das Leben auch anders kennengelernt. Ja, ich fühle mich reich bestätigt. Aber das Leben ist doch so. Ja, dass es hart ist. Also die waren völlig entgeistert, weil dieses Creo, ich glaube daran, an diese Wahrheit, immer wieder diese Realität aufs Neue erschaffen hat. Und in dem Moment, wo sie mir bewusst wird, dass ich es war, dann hole ich die Macht wieder zu mir und deaktiviere sie. Also ich rate den Menschen einfach, sich bei diesen, ja, ich habe sie Ritter, also diesen loyalen Rittern zu bedanken und sie in Ehren zu entlassen. So eine Klientin hat da so eine Tafelrunde. Ja. Ja, du kriegst ein Stück Land und vielen Dank, ich habe überlebt. Weil das war nichts anderes, war der Sinn dieser Schutzprogramme. Mit der Möglichkeit zu überleben in dem Setting, das dann halt da war, oder? Ja. Aber können diese Schutzprogramme, nochmal zurück zu diesen Schutzprogrammen, auch anders sich auswirken? Kann man die auch anders verwenden? Was heißt anders verwenden? Also im Prinzip... Oder ist es nur für Schutz? Haben sie ja immer zwei Wirkungen. Also wenn sie sollen dich schützen und bei den Menschen, die sich nicht gut genug fühlen und diesen Antrieb, ich muss noch besser werden. Also Michael Jackson zum Beispiel würde ich da eingruppieren. Also auf die andere Seite... Auf der Seite der Leistungsorientierten, ich muss perfekt sein, ich muss absolut Leistung bringen, dann bin ich geliebt. Das heißt, der Glaubenssatz, der darunter liegt, könnte dasselbe sein, wirkt sich aber ganz anders aus. Ganz genau. Je nach Mensch, das kannst du nicht vorprogrammieren. Der eine durch fantastische Leistung, aber darunter ist noch dieses Gefühl, also ohne von ich bin nichts wert. Und wenn ich etwas mir bewusst mache, dann habe ich im Prinzip schon die halbe Lösung. Ja, ich wollte gerade sagen, das Bewusstmachen ist so der erste Schritt, das ist der erste Schritt. Dann liebevoll entlassen. Entscheiden können vielleicht auch. Genau. Und ich will jetzt ein anderes Leben. Wie wirkt sich denn so ein Trauma schlussendlich im Leben eines Erwachsenen aus? Kann man das dann eigentlich feststellen? Oder wie kommen dann die Leute zu dir? Haben die gesagt, oh, jetzt bin ich irgendwie... Nein, nein, nein. Also die kommen nicht wegen eines Traumas hin. Also die meisten, die jetzt klar im Arbeitsamt sowieso, die waren völlig verdattert, wen sie da vor sich hatten. Ja, weil, was ich Ihnen eben erzählt habe, Dem haben Sie nicht gerechnet. Habe ich meinem Psychologen nicht erzählt. Nee, mir ging es darum, was wollen die Menschen wirklich? Mhm. Ja, von ihrem Herzen her. Also wo, als Kind haben wir ein Gefühl, wofür wir hier sind. Mhm. Und dann wird das zugebuttert und mit der Verstand wischt es dauernd weg. Ja, aber wir haben dieses Gefühl, haben wir da, wofür wir hier sind. Und die Mindmaps bringen das ein Stück an den Tag. Mhm. Ja, also im Bewusstwerdungsprozess, wo die Reise eigentlich hingeht. Und ich, weil mein Teamchef damals sagte, geh so vor, wie du in der Jugendwerkstatt gearbeitet hast. Ich möchte, dass die Menschen das tun, was sie wirklich wollen. Sonst bekommen wir sie nach drei Monaten wieder. Genau. Also wenn du sie nach Schema F berätst. Und das war halt spannend. Ich bin halt von Grund auf neugierig, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und das mit ihnen gemeinsam rauszubekommen. Und dann die Perspektive zu wechseln. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Oder den Standpunkt mal wechseln zu können. Das ist das Entscheidende überhaupt. Ja, also die Perspektive der Glaubenssätze ist, ich bin nichts wert. Und dann hatte ich in meinem Büro einen wunderschönen Stein. Also schön. Der sah völlig belanglos aus. Ja, so abgeschabt, braun, abgeschabt. Und wenn ich dann mit jemandem hörte, wie der so drauf ist mit seinem Leben, habe ich gesagt, ja, sie sehen ihr Leben völlig belanglos, ob sie da sind, so ein Stein zum Kicken. Sind sie bereit, die Perspektive auf sich mal um 180 Grad zu wenden? Ja. Und dann habe ich diesen kleinen Stein in meiner Hand umgedreht und dann haben die Menschen in eine Amethisten-Druise geschaut. Aha. Genau. Und sie haben alle gelächelt. Es geht nur um diesen Blick auf das Gleiche, was geschehen ist. Wenn ich aus dem richtenden Blick und verurteilenden Blick auf mich selber, und ich meine, da sind 90 Prozent unterwegs, in diesem richtenden Blick, zum gütigen Blick komme, liebevollen Blick, dann verändert sich alles. Ja. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Anschaulich. Einfach. Anschaulich immer einfach. Genau. Ja, du brauchst nicht viele Leute. Ja, das stimmt. Das heißt, du hast da ziemlich tief geforscht mit den Menschen. Was würdest du denn sagen, was für Voraussetzungen braucht denn der Mensch, wenn er sich jetzt wirklich mal seine Glaubenssätze anschauen möchte, wirklich eine Veränderung herbeiführen möchte? Was braucht es da dazu? Die Bereitschaft. Einfach die Offenheit. Einfach die Bereitschaft. Ja, und wachsen im Vertrauen. Ja, weil Vertrauen ist in unserer Gesellschaft fast wie ja, das das Weihwasser gegen den Teufel, sozusagen, weil unsere Gesellschaft auf Misstrauen aufgebaut ist. Ja, in die Zukunft, du musst dich versichern, ja, Rentenversicherung oder Sterbeversicherung, nein, man nennt es ja Lebensversicherung, wie auch immer. Also, ja, uns wird ja dauernd die Botschaft gegeben, du bist nicht sicher, ja, du musst vorsorgen und so weiter. Also Vertrauen in das Leben kann ja nur entstehen, wenn ich mich verbunden fühle. und diese Gesellschaft tut alles, aber auch alles auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, von der Schule an, ja, Medizin, dass wir dieses Vertrauen in die Verbundenheit mit allem, was ist, gar nicht erst aufkommen lassen. und deswegen Trennungstraumata, ja, das Grundgefühl, ich bin getrennt und wenn ich getrennt bin, dann bin ich nicht in meiner Kraft, ja, also, und das ist ein Konzept auch in der Welt, Schuld, mit Schuld wird manipuliert und mein Volk, ja, kann da was von erzählen, die Deutschen, ich bin aufgewachsen, in der Scham, ja, gleich über die Schuld kommt die Scham, in der Scham, Kind von einem Vater zu sein oder von Enkel eines Großvaters, die mir als Bestien dargestellt wurden. Also, habe ich gedacht, Deutscher zu sein, das ist ein Grund für Scham. Gleich zu Beginn. Ja, so wurde ich erzogen, also nicht von meinen Eltern, aber schulmäßig, von der Gesellschaft, mit dem Holocaust, hast du, egal wann du geboren bist, kein Recht mehr, irgendeine Bedingung zu stellen oder zu sagen, du möchtest frei sein davon. Und insofern korrespondiert das. Und immer wieder muss ich sagen, die Priester, die Priester aller Zeiten, haben genau da angesetzt. Sie haben den Menschen, die suggeriert, dass sie durch ihre Tat, die sie Sünde genannt haben, sozusagen außerhalb der Liebe sind. Und nur das Opfer sie wieder in diesen Bereich der Liebe Gottes, wie auch immer, oder der Götter, hineinbringen würde. Das war die ganze Macht der Priester. Und Jesus ist deswegen gekreuzigt worden, aus meiner Sicht, weil er die Priester der Lüge bezichtigt hat. Er hat ja was ganz anderes gelehrt. Niemand kann rausfallen. Egal was geschieht, was er tut, was er, ja, im Prinzip, natürlich ist Grausamkeit, ja, eine Grausamkeit möglichst zu verhindern oder Einhalt zu gebieten. Aber der Mensch, der diese Grausamkeit begeht, ist trotzdem geliebt. Fällt nicht aus der Liebe raus. Aber das war die ganze Macht der Priester. Bis heute, ja, da sind es die Wissenschaftler, Politiker, ja, du kannst nur durch, was weiß ich, Ökosteuern, oder, dass du Recht denkst, ja, im Sinne, wie wir dir das vorgeben, in den Nachrichten, ja, wo du dich bitte nachrichten sagst, kannst du aus diesem Schuldbereich wieder in die allgemeine Gesellschaft aufgenommen werden. Ja. Sonst Erfolg drehen. Deswegen ist das ein grandioses Konzept der Schuld. Ja, es ist schon grandios, ja. Ja, und meine Entdeckung war für mich, dass eben ganz viele Menschen dieses Thema intuitiv, wie auch immer, zu ihrem Schutz genommen haben. Aber in dem Moment, wo es ihm bewusst wird, dass das nur eine Illusion ist, so wie Simba, ja, irgendwann erkennt, dass er ja überhaupt nicht Schuld war an den Tod, dass gerade das alles eingefädelt hatte, in dem Moment, wo er erkannte, dass Schuld eine Illusion war, hat er sein Königtum angenommen. Und es sind so viele Menschen, die so genial sind, so kreativ, beziehungsweise beseelt von etwas und trotzdem erlauben sie sich nicht, das zu leben. Und da möchte ich halt mit meiner Arbeit ein bisschen dran verändern. Ja, da hast du ja sicher sehr vielen Menschen schon helfen können, in ihre Kraft zu gehen. Durch dieses Bewusstwerden, Stammbruch. Aber es ist auch meins. Ja, klar, du bist auch mittendrin, oder? Ja, natürlich. Ja, in meine Kraft zu kommen, weil ich ja genauso, ich wurde als Kind geschlagen, ja, mit ab vier, mit einem Rohrstock, dann kannst du das nicht überleben, wenn du von dem geschlagen wirst, den du liebst, den Papa, kannst du das emotional nicht überleben, wenn du sagst, okay, das muss an mir liegen. Ich bin verkehrt und ich habe meinen Vater gepflegt, 24 Stunden, sieben Tage, für fünf Monate, der hatte einen Hirntumor und ich hatte ihm schon lange verziehen, das war die schönste Zeit unseres Lebens, meines Lebens, weil er nicht weglaufen konnte, aber ich wusste nicht, was ich mit mir gemacht hatte. Dass ich mich verurteilt hatte und das habe ich Gott sei Dank halt durch den Buchschreibeprozess erkannt. erst mal rausgefunden. Schön. Ja, also gerade Thema Kinder, die liegen dir auch sehr am Herzen. Du hast da in deinem Buch etwas sehr Spannendes erwähnt und zwar schreibst du, wie wichtig es ist, den Kindern, also die Gefühle, die Kinder äußern, zu würdigen, und zwar egal, um welche Gefühle es sich dabei handelt. Das fand ich sehr interessant. Erklär doch mal, warum ist das so wichtig und was passiert, wenn wir das nicht tun? Der Punkt ist, wir sehen uns alle danach, so sein zu dürfen, wie wir sind. Und wir sind als Kinder in Konstellationen reingeboren, wo Eltern waren, denen selber nicht erlaubt worden ist, so sein zu dürfen, wie sie sind. Und unbewusst geben sie das weiter. Das heißt, wir haben diesen Raum nie erlebt, wo alles sein darf. Und ich habe in meinen sieben Jahren habe ich dann halt so eine Übung, Begegnung mit dem inneren Kind. Da geht es halt darum, vielleicht einen konkreten Ort an einem Waldstück oder wie auch immer oder auch einen virtuellen Raum zu schaffen, wo alles sein darf. Wo Wut, Trauer, Nicht-Kommunikation, alles ist erlaubt, dass der Kleine oder die Kleine darf so sein, wie sie in diesem Moment ist. Und über das Schaffen dieses Raumes hat das natürlich Rückwirkung auf uns selbst, dass wir diesen Raum, innerhalb dem wir uns erlauben, vor uns selber so sein zu dürfen, wie wir sind. Mit allen Macken, ja, meinem dicken Bauch, mit dem ich mich so lange geschämt habe, ja, im Jahrzehnte. Es ist halt immer die Selbstwahrnehmung. Und sie sagt, ja, es darf sein, so bin ich, das bin ich. Und das ist so entscheidend. Ich habe eine Frau, die hatte mir erzählt, dass ihre Tochter nach dem Umzug in der Nähe der Großmutter, es waren schon ein paar hundert Kilometer, spielt aber keine Rolle die Entfernung. Sie hatte ihre Freunde verloren, hat Neurodermitis entwickelt. Und das erste war Trösten. die Mutter wollte trösten, das ist doch alles viel schöner, du bist bei der Großmutter und da ist ja jetzt die Schaukel. Und dann hat sie einen entscheidenden Schritt gemacht. Sie hat aufgehört, das Kind zu trösten, sondern hat einfach gesagt, ich kann verstehen, dass du traurig bist. Und ich halte jetzt mit dir deine Traurigkeit aus. Und da verschwand die Neurodermitis. Und das habe ich vielfach erlebt, sehr persönlich auch erlebt, in dem Moment, wo wir als Eltern den Kindern das Gefühl haben, ich halte dich aus, auch wenn es mir schwerfällt, zum Beispiel Wutanfälle, Wutanfälle eines Jugendlichen, heiliges Blechle, da darfst du, ja, aber das ist das ist der Schlüssel, weil es auch mit den Eltern was macht. Genau. Ja, weil es mit den Eltern was macht, sich selber zu gestatten, diesen Raum, ja, und nicht konditioniert immer nur die schöne Seite oder irgendwie, ich wurde ins Bett geschickt, wenn ich wutend war, als Kind. Ja, wenn ich mein Böckchen hatte. Wurde ich ins Bett. Das heißt Trennung. Trennung wieder. Wenn du deine Gefühle zeigst, wirst du separiert. Mhm. Ja, das ist natürlich ein super Achtertipp. Ja, so. Und, ja, deswegen gibt es zum Beispiel Bonding, eine Therapieform, da werden Menschen gehalten, während sie in Emotionen sind. Also dieses Gefühl, ich werde nicht weggestoßen, ja, oder nicht mehr geliebt oder so, wenn ich meine Gefühle aus, ausdrücken, und meine Emotionen Ausdruck verleihe. Mhm. Das ist wunderbar. Wunderbar. Ja, ich finde das sehr wichtig, also das ist wirklich. Aushalten, ja, also aushalten in dem Sinne nicht von so, sondern dem Raum geben. Es darf jetzt auch mal jemand, das Kissen an die Wand schmeißen. Genau. Oder auch sonst was, zerdeppern oder mich anbrüllen, raus mit dem Zeug, weil das sind, da laufen überall Bomben rum. Ja. Ja, also wie viel Wut in den Menschen gebunkert ist, die sie nie rausgelassen haben. Ja, das Unterdrücken, das führt dann eben wieder zu Vulkanausbrüchen. Vulkanausbrüchen. was für unsere Kinder tun, sondern auch für uns selbst. Genau. Unbedingt. Für sich selbst, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. ich wollte gerade fragen, was können Eltern tun, oder auch eben Lehrpersonen, Menschen, die mit Kindern arbeiten, damit sie dem Kind wirklich die Möglichkeit geben, sich in ihrer Ganzheit zu entfalten. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, einfach diesen Raum zu schaffen, einfach alles da sein. Respekt. Dass alles da sein darf. Respekt. Ganz viel Respekt. Ich habe mich viel mit Hochbegabung beschäftigt und das, woran diese Kinder und Jugendlichen am meisten gelitten haben, zum Beispiel in der Schule, dass man sie nicht respektiert hat. Ja? Dass man sie nicht als vollwertigen Menschen respektiert hat. Ach so, weil der Unterschied Kind, Vulkana... Ja, ja, oder noch nicht so viel Wissen. Es gibt nur eine Gefahr. Den sind wir halt auch leider auf den Leim gegangen. Wenn da so ein Kind mit vier Jahren wirklich Weisheiten von sich gibt, ist die Gefahr, dass man dieses Kind zum kleinen Erwachsenen macht. Ja. Und das ist so eine Gratwanderung. Ja? Diese Kinder sind sozusagen Wanderer zwischen den Welten. Die möchten einerseits 100% respektiert werden. Das will ich alleine machen. Also gib mir den Raum und die Zeit, es alleine zu machen. Aber im nächsten Moment kann es einfach einfach sein, ach, schmieren wir doch noch eine Butterstulle. Ja, also dieses Bemutertwerden. Also, dass man sie nie festlagelt auf eins. Was ich allerdings in vielen, vielen Familien gesehen habe, da wird ein kleines Kind auf den Präsidentenstuhl gesetzt. An die Stirnseite eines Tisches. Die Eltern so gegenüber und da sitzt das Kind. Das ist absolut verkehrt. Da wird ein Kind etwas aufgebürdet. Ja? Sozusagen haufenweise Entscheidungen oder sonst was. Das Kind wird unsicher dadurch. Ja, hat so viel Verantwortung. Genau. Es braucht das Wissen. Da sind die Großen. Die wissen, wo es lang geht und diesen Raum, innerhalb dessen ich für mich entscheiden kann, immer größer machen. Das ist das Ideale. Also, keine extremen. Weder noch wie die. Nein, nein, nein. Ja, also die ist ganz, ganz häufig, dass Kinder einfach, und dann natürlich die Könige werden, aber Despoten, weil sie damit nicht umgehen können. Also wäre es schön, immer aus dem Moment zu entscheiden und einfach präsent zu sein? Präsent und bei Kindern immer, ich bin der Große. Aber nicht, ja, in dem Sinne, du hast jetzt einfach das zu schlucken. Ja, was ich dir sage, sondern in dem Respekt vor der Seele dieses Kindes, vor der Granzheit, ja, dieses Menschen, trotzdem gehört Großes sein. Der Großes sein, der diesem Kind Sicherheit gibt. Nähe, vor allen Dingen Nähe. Wie viele Kinder werden mit sechs sozusagen vom Schoß verbannt? Ja, oder von Streicheleinheiten? So viele Menschen, die körperliche Nähe gar nicht mehr kennen. was die Familie. Dabei ist das so wichtig, oder? Es gibt ja auch Studien, wie gefährlich das ist, wenn man es nicht macht. Ja, eine Umarmung, schweigend. Eine Umarmung und dann ist gut. Ja, den Raumschiff darf alles sein, aber, ja, bei Wut oder so stoße ich dich nicht von mir. Ja, manchmal muss man auch, ne, so einen jungen Menschen auch mal halten, wenn es zu doll ist, ja, wenn er sich selbst verletzt oder sonst was. Dann ihn zu halten, nicht brutal, sondern einfach nur, da ist jetzt eine Grenze, ich schütze dich jetzt im Moment mal vor dir selbst. Ja, das ist interessant. Du hast vorher schon erwähnt, du hast dich ja auch mit dem Thema Tod und Sterben eingehend beschäftigt, du hast Seminare dazu gegeben, du hast als Trauerredner gewirkt, du hast aber persönlich schon sehr viel zu diesem Thema erfahren, erzähl doch mal. Ja, na ja, also, ich bin in eine Familie reingeboren, wo schon eine Schwester ertrunken war, die ich nicht kannte, aber das ist sozusagen ein Kometeneinschlag in ein Familiensystem. Ich wusste das natürlich erst mal lange nicht, bis ich bewusst wahrnahm, dass da ein Foto beziehungsweise ein Gemälde ringt, was meine Schwester war und dann hat sich, als ich zehn war, mein Bruder bei uns erschossen, bei uns daheim und ich habe ihn halt mit meinem Vater auf ein anderes Bett gemacht, das war ein Trauma. Aber ein heftiges Job aufgehört zu wachsen in der Zeit. Ich war eben sehr verbunden gewesen und so. Das war ein ziemliches Trauma und das ging halt weiter. Wir sind also von den sieben Geschwistern noch drei. Ich bin der Jüngste, drei Brüder und die erste, die ich beerdigt habe, war meine Nichte mit 21 Monaten. Also, Tod und Sterben war das Thema schlechthin unserer Familie. Also habe ich mich diesem Thema genähert und habe Theologie studiert, auch mich noch weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wobei die Dogmen, die christlichen, also die sogenannten christlichen Dogmen, mir überhaupt nichts gebracht haben. Aber die morphischen Felder, die Quantenphysik, die haben, also dass Materie eben nicht nur Materie ist, sondern dass primär der Geist ist und dass es mehrere Dimensionen gibt. Ich habe durch diese Seminare eben erfahren, damals Mitte der 90er, dass Menschen Kontakt hatten mit Verstorbenen und das erste Mal in ihrem Leben darüber geredet haben. Also dass die Ewigkeit der Seele oder des Geistes ganz evident war. Und dann bin ich immer weitergegangen und es werden immer mehr. Es werden immer mehr, die mir von Erfahrungen berichten, außerhalb des Körpers gewesen zu sein, schon als Kind, die Wesenheiten wahrnehmen, sei es jetzt als Bild, sei es als Gefühl, sei es als Kälte oder so. Also die anderen Dimensionen, die unser Leben trotzdem offensichtlich beeinflussen. Und es ist spannend, es ist spannend und es gibt so ein großes Vertrauen. Ja, das glaube ich. Vertrauen der Verbundenheit. Wenn ich sage, ich kann dem Leben vertrauen, heißt es, dass ich dieser Verwobenheit vertrauen kann. Das entspannt. Ja. Aber wenn ich fragen darf, wie bist du denn in dem Moment, also das ist ja wirklich, also schrecklicher kann es ja nicht sein, also du findest jetzt da deinen Bruder, wie bist du in dem Moment, da warst du zehn, wie bist du damit umgegangen? Also wie verarbeitet man so etwas, ohne dass man dabei untergeht? Gibt es damit? Okay. Ich hatte gesagt, ich bin in eine Familie reingeboren, wo schon eine Schwester ertrunken war. Ja. Und ich habe später als Trauerredner eine Frau beerdigt, wo die Kinder die Frau nicht beerdigen lassen wollten. Und ich habe gesagt, können Sie verscharren? Wir wollen nichts mit ihr zu tun haben. Und da habe ich das aufgedröselt, dass in dem Moment, wo eine Mutter den Tod eines kleinen Kindes erlebt, sie war drei, bei vier damals, dann ist das wie ein Kometeneinschlag. Dann ist das, da werden, ich habe es dann nur noch, Liebeskanäle sozusagen verödet. Diese Frauen häufig, diese Mütter, funktionieren dann nur noch, können aber schwer ihre Liebe zeigen. Die Kinder, die Nachgeborenen, denken aber, es liegt an ihnen. Ja, das heißt, ich war sehr früh derjenige, der versucht hat, meine Mutter zum Lächeln zu bringen, der sich für die Mutter verantwortlich gefühlt hat. Ich soll mit acht ihr versprochen haben, alles zu tun, dass sie nicht krank wird in meinem Leben. Ich habe die Vereinigung. Das heißt, ja, ich habe gar nicht an mich gedacht in dem Moment, sondern ich habe nur daran gedacht, wie kann meine Mutter das verkraften. Wie geht es den anderen dann? Und so habe ich das verarbeitet oder eben nicht verarbeitet oder es war mein Weg, mich um meine Mutter zu kümmern. Also da war nichts mit Psychologen oder so. Das war von 1970 und man hat mich als stark wahrgenommen und ja, das war dann mein Weg. Deine Art damals, aber da kam es dann mal irgendwann hoch und hast du das dann mal nochmals angeschaut für dich? Das hat mich begleitet. Ich habe dann, wer sich mit Familienaufstellung auskennt, nach 25 Jahren oder 27 Jahren, habe ich durch Hellingers Buch Ordnung der Liebe begriffen, dass ich mich auf seinen Platz gestellt hatte. Ja, das ist ein häufiges Phänomen, dass, wenn ein Familienmitglied geht, dass ein anderes nachrückt, also nachrückt, beziehungsweise auf seinen Platz im System und tatsächlich hatte ich sein Tagbuch weitergeführt. Das ist mir erst nach 1997 wie Schuppen von den Augen gefühlt. Ich habe September ging es in Depressionen, im März in die Manie, alles abgeschwächt, aber ich habe auch seine Symptome sozusagen weitergelebt, bis ich das begriffen habe. Und dann ganz bewusst auf meinen Platz gegangen bin. Und vom nächsten Jahr an war das alles vorbei. Gab es keine Depressionen mehr, keine Manie. Und das ist schon spannend, wenn man die Dinge dann tatsächlich am eigenen Befinden spürt es dann. Spürt es dann körperlich, wie auch immer. Das war im September, als wenn da ein Schalter umgedreht. Schwer, wenig geschlafen und das ist alles weg, jetzt noch fast 20 Jahren. Da bin ich sehr dankbar drüber. Ja, das glaube ich. Auch da, wir haben uns das Buch geliehen, dass da einfach die Hilfe zur rechten Zeit kommt, um bestimmte Erkenntnisse zu machen, die man aber dann auch tatsächlich, das sind meine Erfahrungen. verstehen und es ist meins, weil ich habe erfahren, wie sich das anfühlt. Also nicht nur theoretisch, sondern wirklich eine Erfahrung. Erfahrung. Das heißt, du hast ja da wirklich sehr viel Erfahrung mit diesem Thema. Gibst du dann in deinen Seminaren, oder wie du das gegeben hast, auch Tipps weiter im Umgang mit solchen Situationen? Ja, eigentlich geht es eigentlich immer nur um das eine. Also, wie du ja mitbekommen hast, habe ich jetzt auch Hypnose gelernt und selber unter der Hypnose dieses Trauma nochmal verarbeitet und geht da zum Beispiel zu der Situation, die für das heutige Leben am meisten belastet. Sei es aus dieser Inkarnation oder zum gesamten Sein. Und da muss ein Teil von mir in der Situation sozusagen schockgefroren, da geblieben sein. Also, wir sehen einen Teil oder so. Und den habe ich zurückgenommen. Den habe ich wieder zu mir gebracht und etliche Leute haben festgestellt, da ist was mit dem jetzt passiert. Jetzt, danach. Und für mich ist es, wenn du fragst, ob ich Tipps gebe, ich gehe den Weg der Einfachheit. Handhabe das eine, womit du alles andere handhaben kannst. Und es gibt so ein ziemlich radikal spirituelles Buch, das heißt der Kurs im Wundern. Ein ziemlich dickes Buch mit einem Kurs, über 365 Tage. Für mich ist dieses hochradikale Buch auf einen Satz im Prinzip zu reduzieren und dem gehe ich auch nach. Die Seele ist im Irrtum, dass sie nicht verbunden ist. Und wenn ich diesem Irrtum helfe aufzuheben, also die Illusion der Nichtverbundenheit überführen kann, dass dieser Mensch sich endlich verbunden fühlt mit der Liebe seines Ursprungs, wie auch immer, mit dem Licht seines Ursprungs, mit allem, was ist, mit allen Menschen, egal, auf diesem Planeten überall, diese Verbundenheit wiederherrscht, dann ist alles möglich. Das heißt, ich konzentriere mich über meine Arbeit auf dieses Gefühl, der Verbundenheit. Ja, weil wir sind alle eins, das hörst du auf jeder Cocktailparty. Ja, und ich habe da auch ein Buch, so von wegen Einheit, Alleinheit. Solange die Menschen dies nicht fühlen, können. Bleibt es da rum. Ja, und hat wenig Konsequenzen. Aber wenn du es fühlst, dann gehst du aus diesem Gefühl in alle möglichen Situationen und handelst aus diesem Gefühl der Verbundenheit und des Vertrauens. Ja, nochmal, Separation, das ist satanisch, was in dieser Welt passiert. Alles geht auf Separation. die Generationen wird separiert, die Schulfächer werden separiert, alles wird auseinander gepflückt, auseinander gepflückt und schön immer wieder getrennt, getrennt, getrennt. Wenn aber mehr Menschen diese Verbundenheit endlich fühlen, ich sage, das ist so eine Art Immunität gegen diese permanente Separationsgiftspritzen, die da aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen, wie auch immer. Dass man mehr in der Mitte und muss wahrscheinlich dann nicht immer so reagieren, auf das alles kommt. Nein. Ja, also diese Verbundenheit zu fühlen, ist für mich das Sender. Also die Seele davon zu überzeugen, dass sie bis dato einer Illusion, einem Irrtum aufgesessen ist. Ja, eine Seele kann nie nicht verbunden sein, aber sie kann das Gefühl haben. Die Erfahrung. dazu machen, dass es so sein könnte. sie kann das Gefühl haben. Und von diesem Gefühl, das Unterbewusstsein, das sind 99 Prozent. Ja, unsere Gesamtbewusstheit ist 99 Prozent. Das Unterbewusstsein, das auch viel, viel schneller reagiert. Und solange da die Überzeugung besteht, ich bin der Liebe nicht wert und ich bin nicht verbunden, kannst du Bücher lesen ohne Ende. Das wird nicht helfen. Du bist ein Typ der praktischen Umsetzung, du hast ja auch mit einem Instrument gearbeitet, du hast es vorher schon mal erwähnt, das Ich-Mindmap. Das hast du, glaube ich, selber entwickelt, dieses Ich-Mindmap. Kannst du uns dazu noch ein paar Dinge erzählen, was ist das und wie funktioniert dieses Mindmap? Also Mindmapping gibt es ja als Methode von dem Barry und Tony Busser. Ich habe 2002 das Buch, das große Mindmapping-Buch auf so einem Seminartisch gesehen und das hat mich sofort angesprochen, meine Methode. Habe ich ja intuitiv vorher mit meinen Seminaren auch ähnlich gemacht und habe dann gesagt, das ist ja die Methode mit den Jugendlichen jetzt, das rauszukitzeln, was sie verborgen halten wollen sozusagen, was immer nur so durchblitzt, weil sie sich der Schule verweigert haben, zu Recht, sage ich. Und dann habe ich die entwickelt und habe dann losgelegt und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, also Menschen, die sich sonst nur durch Verweigerung exponiert haben, für was die sich interessiert haben. Und als ich dann, die haben dann eine große Weihnachtsfeier gemacht und konnten, bei 60 Prozent, wir waren 80 Leute, 60 Prozent konnten wir sehen, ja, ein individuelles Geschenk anhand der Mindmaps, was könnte diesen Menschen eine Freude machen. Ich habe noch nie ein Weihnachtsfest erlebt, wo so viele Tränen geflossen sind, weil diese jungen Menschen sich das erste Mal gemeint gefühlt, ich bin ja gemeint, ja, dieses Werkzeugkit für Fahrrad war für einen, für den Fahrräder alles waren. Und er hat, ja, ich bin wahrgenommen worden, und das konnten wir anhand der Mindmaps, analysieren, was könnte diesen Menschen eine Freude machen. Und nur 20 Euro. Und dann, als ich in der Agentur arbeitete, hatte ich halt einen Teamchef, der mich aus dieser Jugendwerkstatt kam, dann sagte, reduziere das ein bisschen, ich hatte zwölf Arme mal auf fünf. Einfacher. Und dann habe ich fünf Hauptarme gemacht, Traumberufe, und dann warum, das ist viel wichtiger als dein Beruf an sich, also was verbindest du damit, welchen emotionalen Benefit, wenn man so will, was ist die treibende Kraft eigentlich dahinter, zum Beispiel entdecken, meinst du, wie viel Mindmaps entdecken, forschen, Neuland oder so. Dann das zweite war Kenntnissefähigkeiten, da geht es um die Würdigung. Wenn jemand mit 40 da saß bei mir im Büro oder 50, die haben so viel gar nicht gewürdigt, ja, das habe ich, da habe ich ja keinen Abschluss, also haben sie das gar nicht draufgeschrieben. Jetzt hier geht es darum, mein ganzes Leben und das, was ich weiß, das, was ich an Fähigkeiten habe, erst mal zu würdigen und egal, ob ich da für einen Abschluss habe oder nicht, ich kann es. Der dritte Abend, Druck, da habe ich sonst keine weiteren Unterpunkte, sehr spannend, da kommen im Prinzip die Glaubenssätze hoch. Einfach nur Druck. Und dann Interessen, was liest du für Bücher, was, wenn du beim Zahnarzt bist oder beim Friseur, da liegt ein Stapel, niemand nimmt einfach unbesehen den obersten, sondern du guckst, ja, was könnte dich interessieren. Also, denk nach, was deine Themen sind und niemand dich zu zwingen muss, wo du automatisch hin ziehst, wo es dich hinzieht. Deine eigenen Themen. Und der fünfte Abend, Freude. Es ist unglaublich, die Menschen wissen, was ihre Freude ist, aber die wenigsten leben das. Und das meiste, was da steht, kostet eigentlich kein Geld. Also, okay, wenn wir Paragliding machen, das kostet schon eine Dings. das meiste, was unter Freude steht, kostet in der Regel kein Geld. Und aus diesen fünf, im Überblick, also die muss möglichst mindestens DIN A3 oder DIN A2, also möglichst groß sein, dass man sich nicht beschränkt. Und wenn du dann an Rand kommst, dann klebst du einfach was dran. Das darf weitergehen. Das Tolle beim Mindmapping ist, du hast ein oder zwei Worte und aus diesen ein oder zwei Worten kommen wieder neue Assoziationen. Das ist also auch eine Gedächtnishilfe. Ach, das habe ich jetzt da hingestellt. Ah, da fällt mir ein, ich habe ja da und da das Loch gemacht. Ja, so aufzuschreiben. Und wenn du das dann im Überblick siehst, es ist grandios. Ja, mein Teamchef, einer der ersten Mindmaps in der Agentur, war eine junge Frau, die bei der Post gelernt hat. Da laufen ziemlich viele hochintelligente Menschen rum. Das aber eben mit so einem Verhinderungsprogramm häufig. Und habe ich ihn gefragt, was meinst du, was ich ihr geraten habe? Ich habe auf die Uhr geguckt, 23 Sekunden hat er gebraucht, um das zu benennen, was ich ihr als nächsten Schritt geraten hatte. 23 Sekunden. Er hat die Frau nicht gekannt. Nur anhand der Mindmap, was könnte ihr geraten haben, was jetzt der nächste Schritt, weil die Information hat ich gegeben, sie will nicht mehr bei der Post zuständersitzen. Zeit. Und das heißt, sie ist auch kommunikabel und alles, was wir mit der Hand machen, bringt das Unbewusste nach oben. Und ich hatte jüngst auch eine Klientin, die tiefste Wurzel beim Druck war, mangelnde oder keine Wertschätzung. Und da habe ich gesagt, wir brauchen uns da oben, das ist genial alles, aber solange da, weil für mich ist, wenn sie das so schreibt, gleich kann ich in Gleichheitszeiten mangelnde Selbstwertschätzung. Da müssen wir ansetzen. Und da kann ich sagen, das können wir nicht mehr kognitiv, ich habe so viele Therapien gemacht, kommt zur Hypnose. Und dann haben wir das tatsächlich unter der Hypnose, was auflösen können. Auch da Schuldübernahme, Tod der Mutter und so. Und da wird einfach was befreit von einer Illusion. Das denke ich. Und wenn dann die Wurzel angegangen wurde, macht es Sinn, nochmals ein Mindmap zu machen? Na klar. Weil das sich dann etwas erlauben, aber man kann die Mindmap mit ganz anderen Augen sehen. Wenn ich eine geniale Idee habe, da kommt der Verstand, weil die Umsetzung dieser Idee, also das Endprodukt, da bin ich ja noch so weit von entfernt. Und dann sagt der Verstand, du hast doch nicht mal Abitur und sonst was. Wisch das von der Tafel. Und ich animiere die Menschen halt, das dort stehen zu lassen, so abstrus das klingen mag, weil im Kontext mit Freude, Interessen, und Kenntnissen auf einmal ein Traumberuf oder eine Traumtätigkeit auf einmal Sinn macht. Weil niemand, das hat Bruno ja in unserem Gespräch auch gesagt, niemand hat eine Vision, wo er nicht gleichzeitig die Ressourcen dafür hat, diese Vision umzusetzen. Und das ist mit der Mindmap genial an den Tag zu bringen. Du hast, es ist alles da und jetzt geht es ins Vertrauen zu gehen, das umzugehen. Das klingt nach einem super Instrument, also es gab für Jugendliche, aber auch für Erwachsene natürlich, entspannendes Forschungsgebiet. Genau, die einen Break machen wollen, also sprich, was weiß ich, mit 50, ich habe die Schnauze voll mit von meinem Job, ich will jetzt was anderes machen. Und dann zu gucken, warum gehst du nicht los? Der Schiss, das mangelnde Vertrauen. Ja, du hast ja in dem Buch, ist es auch sehr schön beschrieben, glaube ich, das Thema, das kann ich wirklich empfehlen. Ursprünglich sollte es eigentlich nur ein Buch über Mindmapping sein und hat sich dann entwickelt, über diese Frage, warum kommen denn die Menschen nicht in ihre Kraft, das, was dieses wunderbare Bild abbildet, wo die für sich, ja, wofür sie sich interessieren und so weiter, warum leben die das nicht? und bin dann halt über die Glaubenssätze auf das Schulthema und Traumata, Umzug, also alles, was mit Trennung zu tun hat. Ja, also rundherum noch so die ganzen Bereiche abgedeckt. Ja, ich finde, das ist wirklich sehr tief und vernetzt das Wissen in diesem Buch zusammengetragen. Dankeschön. Es kann eine wirkliche Hilfestellung sein, glaube ich, für Menschen, wenn sie das lesen. Ja, lieber Götz, dann kommen wir schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Was würdest du denn sagen, ist deine Vision, dein überpersönliches Ziel, das du verfolgst in diesem Leben? Überpersönliches? Ja. Einfach daran mitzuerwirken, dass die Menschen diese Grundillusionen aufgeben. Diese Grundillusionen, dass wir voneinander getrennt sind und damit zu wirken, dass wir den Königsmantel, den wir alle eigentlich tragen, endlich da den Bettler-Cape ablegen, in die Kraft kommen und meine Vision einfach ein Teil dieses Weges zu sein, dass jeder Mensch sich als ein wundervoller, einzigartiger Ausdruck, sagen wir, dieses einen großen Bewusstseins erkennt sind. Und wenn er die Verbundenheit erkennt, wird er auch die Lieblosigkeiten hinter sich lassen. Mit sich und mit anderen. Wie auch immer diese Hilfe dann, oder mein Beitrag dafür aussehen kann, das lasse ich hoffen. das kann übermorgen etwas anderes sein, aber das war immer die Vision. Ich habe mit elf den Weltspiegel geguckt, das waren halt so zehn-Minuten-Sendungen über alle möglichen anderen Kulturen auf der Welt und bin beseelt davon, dass wir uns als Menschheit als ein großer Organismus sehen, wo jede Zelle einzigartig ist, aber trotzdem sich zugehörig fühlt. Zugehörigkeit und Einzigartigkeit gleichzeitig. Nicht atomisiert, sondern individuelle Zugehörigkeit sozusagen. Schönes Wort. Daran mitzuarbeiten. Doch, das ist meine Vision. Wie lange weiß ich nicht, womit, mit dem, was ich jetzt gerade mache. Ja, machst du einiges. Ja, also das ist meins, die Freude. Die Freude ist ein Schlüssel und die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, ich habe jetzt ein Dankebuch, das vierte, was ich, also jedes Jahr schreibe ich ein Dankebuch voll, einfach, was mir widerfährt am Tag und das ist wie Dünger, das ist wie Dünger für Fülle. Ja, immer wieder Perspektiv wechseln. Die meisten Leute sind nur am Jammern und konzentrieren sich auf den Mangel, statt auf den Reichtum zu wie reich wir beschenkt werden jeden Tag, in jeder Begegnung. In jeder Hinsicht. Stimmt. Und je öfter du das gewahr wirst, desto erwartungsfreuer bist du. Was da wieder geschieht, welche Geschenke heute noch alles kommen. Ja, es ist wie ein Magnet, oder? Bitte? Es ist ja wie ein Magnet, die Aufmerksamkeit, wo du sie hinrichtest. Resonanz. Resonanz. Jetzt habe ich am Schluss noch ein paar Satzanfänge für dich vorbereitet, die ich bitten würde, ganz spontan zu vervollständigen. Also, Potenzialentfaltung bedeutet? Zu meiner Kraft zu stehen, die immer schon da ist. Erfolg ist? Jeder Schritt in ein authentisches Sein, so wie ich bin, das ist für mich Erfolg. Jeder Schritt dorthin. In die Richtung. Wahrhaftigkeit ist? Wahrhaftigkeit ist der Mut, diesen Raum zu öffnen und zu weiten, indem ich so bin, wie ich bin, und jeden anderen Menschen so sein zu lassen, wie er ist, ohne Angst, dass noch irgendetwas entdeckt werden könnte. Die Menschen sind? Wundervolle Wesen. Das Leben ist? voller Wunder. Ich bin? Der ich bin. Ich wünschte, ich könnte? Ich wünschte, ich könnte. ich wünschte, ich könnte noch mehr Menschen einfach nur, dass ich ihnen ein Lächeln schenke, sie zum Lächeln bringen, also Lächeln, diesen gütigen Blick nur durch einen Blick bei ihnen erreichen, aber das ist vielleicht zu viel gewünscht. Weiß ich nicht. Ich würde niemals meine Seele verkaufen, weil das geht nicht. Für die Zukunft wünsche ich mir noch mehr Schönheit um mich wahrnehmen kann in den Menschen, dass die Menschen ihre Schönheit sehen, jenseits der Falten, jenseits der abgebrochenen Ausbildung oder so. Schönheit und Lebensfreude und Leichtigkeit, dass sie das endlich entdecken und ich mit ihnen. Da bin ich dabei. Liebe ist? Die stärkste Kraft im Universum, die heilt und Heilung ist eigentlich nichts anderes als, dass ich wieder ganz bin und alles tendiert dorthin. Liebe ist die mächtigste Kraft im Universum und ich glaube, wir bestehen eigentlich alle daraus, haben es aber vergessen oder abgelehnt. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine Botschaft an die ganze Menschheit zu richten, welche wäre das? Ja, eine Botschaft an die ganze Menschheit. dass ihr den Irrtum seht, den die Seele begangen hat, als sie glaubte, getrennt zu sein und dass ihr euch immun macht gegen all diese Botschaften der Trennung auf den unterschiedlichsten Ebenen, die Angst, des Misstrauens und dass ihr ins Vertrauen kommt und sei es so klein wie ein Senfkorn. Aber dieses Senfkorn, wenn es in den Boden fällt, wird es die größte Pflanze im Gemüsegarten. Dieses Wachstum im Vertrauen und in der Selbstliebe aus der Verbundenheit heraus, das wünsche ich allen Menschen und dann wird dieser Planet, der Planet, für den er vielleicht mal geschaffen hat, ein wundervoller Ort. Ja, das wäre eine Botschaft. Wunderschöne Worte, vielen Dank, lieber Götz, für dieses Gespräch. Ich danke dir, Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Forschen und viel Erfolg. Danke dir, Aline und auf bald. Auch euch, liebe Zuschauer zu Hause, herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich freue uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es das nächste Mal heißt, Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams.